Ein schönen Juden, meine Herren der Freunde und Agrarwissenschaftler, als aller allererstes möchte ich mich an meine treuen Fans binden und Dankeschön sagen. Wir haben die 500er Marke geknackt, gerade habe ich geguckt, 504 Abonnementen, ich bin richtig mega stolz, Dankeschön dafür. So, das weitere Tagesevent, heute Puzzleschiffssaison, wir kriegen 5 Puzzleteile, das erste müsst ihr leider wegschicken, habe ich in dem Fall schon getan und wir warten jetzt auf das nächste. Kleiner Tipp von mir, setzt Karten ein, wenn ihr die Schiffe immer noch nicht so voll machen könnt, hier so eine 3 Kisten Karte, am besten ist, ihr macht das erste Schiff, was ihr könnt und dann macht ihr diese Karte, lassen diese Karte aktivieren, dann macht er die 3 restlichen zu. Des Weiteren haben wir natürlich hier nochmal schneller holen, macht auch Sinn, das heißt nicht in 4 Stunden, sondern in 2 Stunden kommt jedes Schiff. Finde ich richtig geil, werde ich auch aktivieren, machen wir doch gleich mal, machen wir doch gleich mal, damit wir alle 5 Puzzleteile bekommen. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Glück da draußen, schönes Leben, euer Onkel Jens.